Einen wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play mit Paxes. Wir werden einfach ja heute zwei Spiele machen mit unserem Regenerationsteam eines und dann nochmal eins mit unserem in Anführungsstrichen Hauptteam. Und ja, versuchen so schnell wie möglich von diesen Bronzeteams loszukommen. Wie gesagt, ihr dürft mir gerne schreiben, das habe ich auch das letzte Mal schon gesagt. Ich weiß jetzt nicht genau, wann ihr diese Aufnahme sehen werdet, aber... Nehmen wir was anderes, nehmen wir was anderes. Weiß und schwarz-weiß ist doch hässlich. Und das Grün ist auch ziemlich dunkel. Nehmen wir das andere Trikot. Da kapiert es einfach nicht, okay. Dann nehmen wir ein anderes. Ich habe halt keine Lust jetzt hier bei dem Spieler noch darauf zu achten, dass wir... Äh... Ja, fast die gleichen Trikots haben. Deswegen... Stimmt, Trikots und Vereinslogo, da haben wir bestimmt auch schon interessantere. Dass wir die vielleicht mal wechseln. Ja los, mach jetzt Start. Wobei ich sage, weil unser Emblem gar nicht so hässlich ist. Ah, fast nur Bronzeteams, sehr schön. Er hat auch erst... Ah, er hat erst ein paar Spiele gemacht. Ich glaube, unser erster Sieg bahnt sich an. Er hat einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Und hat halt auch sein Startteam. Einen Silberspieler, einen Goldspieler und ansonsten nur Bronze. Come on, baby. One time, please. Ich denke, das könnte was werden. Das Interessante ist auch immer, wenn die Leute noch mit ihrer Standardaufstellung spielen, in der Standardformation. Also er spielt 4-4-2. Das bedeutet, er hat wahrscheinlich überhaupt gar keine großartige Ahnung und hat sich auch keine Gedanken gemacht zur Formation. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn sie da die 4-4-2-Formation spielen, die am Anfang eingestellt ist. Als ich das erste Mal Ultimate Team gespielt habe, habe ich da auch nichts geändert. Das ist halt normal. Das sind dann meistens nicht so die tollen Spieler. Schauen wir mal. Ich gucke halt, ob dieser Move, dass man am Anfang direkt weit nach vorn spielt, ob der funktioniert, wie bei FIFA 14. Aber bisher... Was war das denn? Ich habe nach oben rechts gedrückt. Also, ich frage... Oh mein Gott. Der packt Schusstäuschungen aus. Das ist nicht gut. Das ist kein gutes Zeichen. Jemand, der Schusstäuschungen auspackt, der ist meistens nicht der schlechteste Spieler. Komm, komm! Ja! Fuck! Da hätte ich... Da hätte ich einen Schritt eher abschließen sollen. Also mein Fehler war auf jeden Fall... Ich war zu lange im Sprint, muss ich zugeben. Und dann hätte ich vielleicht schlenzen sollen. Aber ich habe ehrlich gesagt schon wieder vergessen, was die... Schlenzentaste ist. Aber ich glaube... Rechts oben ist Schlenzen. Rechts oben, ne? Komm! Setz dich durch! Fuck. Ach, Mist. Alleine... Jetzt leckt es auch wieder mehr. Also, vorhin hat es meiner Meinung nach nicht so sehr geleckt. Ha! Kann ich nämlich auch. Und! Uuuuh! Schön aufs lange Eck gezogen. Aber leider, leider, leider. Schöne Schusstäuschung. Zack! Aussteigen lassen. Richtung gewechselt. Und dann ins lange Eck. Ah, hätte noch ein bisschen weiter nach rechts gemusst. Dann hätte es vielleicht gepasst. So, Ecke. Wie habe ich das vorhin gemacht? Ich glaube, ein bisschen mehr aufziehen. Dann passt das. Okay. Warum sind denn die Ecken so scheiße? Was ist denn hier los? Ich war doch jetzt immer der Ecken-King, ey. Jedes zweite Tor über eine Ecke und Kopfball. Mann, 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 Mann. Das gibt es doch nicht. Also, das funktioniert leider noch gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Okay, der Ball hätte meines sein müssen. Also, am Anfang habe ich eigentlich so viel gehabt, dass er ganz gut spielt. Aber mittlerweile, muss ich es zugeben, sieht das doch wieder relativ schwach aus von ihm. Jetzt muss ich es halt nur umsetzen. Komm, also, ich habe vorhin das Unentschieden geschafft. Jetzt muss ich den Sieg endlich schaffen. Den ersten. Es fällt gerade ein, dass es relativ wenig Faust gibt, oder? Wenig gepfiffen. Ah, das hätte ich mal pfeifen können. So. Aber Schussteuerung empackt er aus, oder wie? Schlecht verteidigt. Schlecht verteidigt. Sehr schön. Wichtig. 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 Ich denke halt, ich kann die bestimmt relativ einfach über Doppelpass, über Listen, hoffe ich eigentlich immer. Aber irgendwie klappt es nicht so gut, wie ich denke. Aber es kann auch teilweise an den Spielern liegen. Oh, Junge. Nicht dahin. Okay. Okay. Sehr schön. Wichtig. Komm. Oh, das sah aus, wenn er direkt vor meinem Fuß landen würde, aber war leider nicht direkt vor meinem Fuß. Mann, das gibt es doch nicht. Mit Barcelona war es irgendwie viel einfacher, mit Messi und Neymar. Was ist denn hier los? Warum können die das nicht? Fuck, Mann. Muss doch mal drin sein, so ein Ding. Ja, hier, wie gesagt, ist ein bisschen peinlich gelaufen. Anschneiden wir es, glaube ich, oben rechts, ne? Da wäre der angekündigt ein Schuss gut gewesen. Und ich hätte natürlich schon den Schritt eher schießen müssen. Also, da waren eigentlich zwei Fehler auf einmal von mir. Fuck. Aber Passgenauigkeit von 81%, damit kann ich zufrieden sein. Ärgerlich. Aber jetzt schon drei gute Chancen. Ich sage mal, okay, das eine war eine klare Torchance, alleine aufs Tor zu rennen. Das andere, die anderen beiden Chancen waren zwei Halbschancen. Weil sie halt so halb aus der zweiten Reihe kamen. Ins lange Eck aber rein, Mann. Wenn ich das natürlich wie FIWA 13 spiele, dann ist das kurze Eck gefährlich. Das weiß ich ehrlich gesagt mal nicht. Also, ich habe noch keinen Plan, ob hier das lange oder das kurze Eck besser ist. Ob man gut über den Turmann lupfen kann. Ob man gut vorbeilegen kann am Turmann und so weiter. Hat sich das Spiel aufgehangen oder ist es Pause? Ist es Pause oder? Hä? Das wollte ich gar nicht. Hallo? Okay, jetzt geht es weiter. Sehr schön. Äh, 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 äh. Dann wollen wir jetzt mal ein Tor schießen. Es ist auch verwirrend, dass die Halbzeiten so kurz sind. Also, wie gesagt, vier Minuten oder so. Mehr ist das ja nicht. Jetzt hat er wohl keinen Bock mehr zu warten, oder was? Och, Junge! Mann! Das liegt aber gerade eben in dem letzten Spiel besser mit den Pässen. Das ist so ärgerlich, immer zu wissen, wo er hinpasst, aber nichts dagegen machen zu können. Ich dachte, er kriegt ihn verlängert. So. Och, komm! Komm mal rein! Oh! Komm! Was? Was? Nein, er war eh abseits. War abseits, aber wäre auch nicht rein. Och, fuck, Mann! Das gibt's doch nicht. Was muss ich denn noch machen? Oh, da habe ich ihn doppelt aussteigen lassen und es hat nicht funktioniert. Oh, Mann! So ärgerlich. Ja. Ja! Das war gut gespielt. Schön durch den hohen Druck ins Ausgetränkens. Hä, habe ich ihn nicht gerade in den Lauf geschickt? So, jetzt aber. Oh, nice. Oh, nice! Das war wieder behindert, der Pass. Der war wieder richtig kacke, ey! Mann! Wäre ich nur alleine durchgelaufen. Oh, wie ärgerlich. Wie ärgerlich! So, jetzt aber. Gut, probieren wir nochmal über eine Flanke. Oh, die Flanke kommt an. Er macht auch einen Kopfball, aber halt so ungefährlich. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wird wieder ein Unentschieden werden, wenn es so weitergeht. Hier, was sind denn das für Pässe, ey? Komm! Oh, jetzt löst sich aber die Verteidigung schön auf. Jetzt mal aus der zweiten Reihe. Oder? So! Oh! Nein! Ist man wieder abseits, oder was? Nee. Ging einfach vorbei. Ging einfach vorbei. Die kurzen Abstöße würde ich auch gerne mal was gegen machen. Oh! Oh! Abseits. Da hätte ich den Ball noch etwas halten müssen. So. Fuck! Wollt gerade abspielen. Oh, jetzt leckt's aber teilweise wieder eklig. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob's am Spiel liegt, oder... Oh, nein. Nein! So unverdient! Das gibt's doch nicht, ey! In der 90. auch noch! Fuck! 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 So ärgerlich. Warum kann ich das nicht wegdrücken? Hallo! Geil! Neunmal geschossen, siebenmal aufs Ziel, er schießt ein einziges Mal und macht ein Tor, ey! Fuck! Zack! Naja, dann komm ich wenigstens meinem Ziel näher, diese erste Saison quasi, ne, das vergessen zu können. Oh, wir bekommen ein Silber-Set! Nice! Mal gucken, was da drin ist! Mal gucken, was da drin ist! Set öffnen! Oh, Stürmer mit 92 Tempo! Das ist ja mal nice! Ey, da ist vielleicht sogar ein bisschen Geld wert! Aber den könnten wir theoretisch ja erstmal in unsere Bumsiteams reinpacken, das ist ja sowieso egal! Macheta, den können wir auch nehmen! Ey, können eigentlich alle Stürmer, äh, alle Silber-Spieler, die wir jetzt bekommen haben, die drei, die können wir alle mal verwenden. Ja, der Rest ist eigentlich relativ egal. Oh, KSC, wollen wir KSC verwenden? Aktivieren. Jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht zwei helle Trikots habe, fällt mir gerade ein. Das wäre ein bisschen doof. So. Mannschaft. Wo kann ich denn anschauen, wo kann ich denn anschauen, äh, ne, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich mal gucken, wo ich, Liga, wo kann ich denn, hä, Nachrichten, Belohnungen einlösen, mein Team, Biografie, eigentlich wollte ich bloß mal gucken, mein Verein wahrscheinlich, Mannschaft, Verein anpassen. Auswärtstrikot, ja, das können wir erstmal so lassen. Der Ball ist aber eigentlich nicht geil. Habe ich einen anderen Ball? Nein, ich habe keinen anderen Ball. Also, dunkel, ich mag keine dunklen. Habe ich ein geileres Wappen? Mal ganz schnell durchschauen. Ist eigentlich ganz okay, das Wappen muss ich zugeben. Na, das lasse ich mal. Das Wappen lasse ich mal. Halmtrikot, Halmtrikot, das gefällt mir gar nicht, das Grün. Ah, gefallen aber eigentlich alle nicht. Nehmen wir gelb, gelb-weiß sollte passen. Das ist hier, ich mag immer die ganz einfachen Trikots, wo am besten keine Werbung drauf sind, deswegen gefällt mir das hier überhaupt gar nicht. Aber lassen wir mal. So, und jetzt gehen wir hier wieder zurück. Mein, nee. Ne, mein Verein passt schon, Mannschaft, genau. So, jetzt packen wir da nämlich mal schnell mit Vereinen tauschen. Packen wir hier mal den Stürmer rein. Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, genau. Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, okay. Oh, ich glaube, ich habe die falschen Verteidiger drin, oder? Spieler irgendwo. Ne, Status. Ja, die regenerieren nämlich ihre Fitness nicht. Moment, das sind die falschen. Linksverteidiger. Da müssen die anderen rein. Übersicht. Linksverteidiger. Hatten wir zwei ausgewählt. Aber ich habe jetzt einen filbernden Rechtsverteidiger bekommen. Deswegen, ach nee, Moment, 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 Moment. Der Rechtsverteidiger ist in dem anderen Team, deswegen muss ich den auf jeden Fall drin lassen. Ähm, wir werden jetzt den Linksverteidiger an das Team nehmen, logischerweise. Den Linksverteidiger tauschen wir aus. Mit dem Linksverteidiger, äh, mit dem Rechtsverteidiger, genau. So. Nehmen wir den nämlich hier rein. Sehr schön. Und bei FC Paxes kommt jetzt der super schnelle Stürmer rein. 92 Tempo, ey, so nice. Okay, dann brauchen wir natürlich zur Regeneration, 2d2, zur Regeneration, den Silberstürmer und eintauschen, den silbernen Rechtsverteidiger. Ne? So. Okay, jetzt können wir direkt nochmal ein Spiel machen. Und ich hoffe, dass wir jetzt vielleicht mal unseren ersten Sieg einfahren. Vielleicht ja direkt mit einem Tor von unserem super schnellen Stürmer. Mal schauen. Ach, wie wir hätten gegen den gewinnen müssen. Aber okay, wir haben gut gespielt, wir waren das bessere Team. Wir haben einfach es nicht geschafft, unsere, äh, Chancen zu verwerten. Ob das jetzt an meiner Inkompetenz lag oder an der... Ja, okay, das Team geht auch noch. Aber ist so geil, wie halt noch keiner von denen kapiert hat, dass man hier auf Chemie spielen muss. Wie alle rote Linien haben, etc. Und die falsche Aufstellung, etc. teilweise. Naja, egal. Ähm, was wollte ich sagen? Ähm... Ach ja, schreibt mir in den Kommentaren, ob... Oh, eklig. Ich glaube, der spielt wieder besser als der andere auf jeden Fall. Was war das? Ja, geil. Wie meiner nicht schon daherkommt, aber... Okay, das war gut. Einfach mal gut stehen in der Abwehr. Ist natürlich wichtig, wie immer. So, der scheint aber ziemlich aggressiv drauf zu gehen. Da muss ich ein bisschen eher passen. Mal gucken. Ich denke... Über... Ah! Ah! Was macht der denn? Huh! Nice! Nice! Wie er einfach durchrennt. So geil. Schade, dass er es nicht geschafft hat. Ja, ich wollte eigentlich noch einen Schritt gehen und dann aus dem Lauf rausschießen, damit ich halt ein bisschen Druck dahinter bekomme. Aber ich denke, ich hätte eher einen Pass suchen sollen. Okay, er scheint ein bisschen aggressiv zu sein. Das ist eigentlich ganz gut. Da kann man meistens über Doppelpässe etc. Hier, da bilden sich nämlich viele Räume. Leider ist der Pass nicht durchgekommen. Sonst wäre es richtig geil gewesen. Jetzt wird es scheiße. Glück gehabt. So, das wäre eigentlich ein Foul. Sehr nice, wie man teilweise einfach an ihm vorbeirennen kann, wenn er so einfach hinzugestürmt kommt. So, ich glaube halt nur, unser schneller Stürmer ist super kopfballschwach, aber... Könnt ihr ja trotzdem mal probieren. Was hat er denn da vorgehabt? Das wäre ein merkwürdiger Steilpass gewesen. So etwas darf natürlich nicht ankommen. Viel zu lange rumgeattelt, aber es hat sich irgendwie kein geiler Pass angeboten. Ja! Ja! Großkreuz, du geiles Vieh! Ja! Großkreuz! Wow! Geiler! Wie kann ich denn hier jubeln? Ich weiß es nicht. Ähm... Eine geile Sau da, Großkreuz! Eine geile Sau! Meine Herren! Mit einem schwachen Linken, schön ins kurze Eck, reingezogen, das Ding! Ah! Nice, Großkreuz! Nice! Jetzt können wir auch auf ausgeglichen gehen. Was hat er denn jetzt? Na, das hat aber schon kein Bock mehr, oder was? Nach dem 1-0. Naja, soll mir recht sein. Nice! Wird das unser erstes Sieg? Aber gut, wir haben schon mal geführt und dann auch die Führung abgeben. Von daher... ...müsste ich echt sehr einfach mit Doppelpässen vernaschen bisher. Ich frage mich, warum die Flanken immer so komisch hochkommen. Also es sieht immer so merkwürdig aus, finde ich. So. Krass, ey. Ich habe aufs linke Eck gezielt und er schießt am langen Eck vorbei. Da war irgendwas falsch. Ah! Was macht er denn? Was macht er denn? Das hat aber wohl keinen richtigen Bock mehr, oder was? Hahaha! Nice! So. Aber wie schieße ich denn jetzt die Flanke? Also ich probiere es nochmal anders aus. Warum ist ein Großkreuz nicht regeneriert? Achso, das ist sein Großkreuz, oder? Schaut mal unten rechts, sein Großkreuz, die blaue Linie. Die blaue Regenerationslinie. Ah, diesmal kam es doch gar nicht so schlecht. Mein Großkreuz ist noch etwas regenerierter. So. Das war sehr wichtig, dass wir den abgefangen haben. Wir haben ihn ganz gut unter Kontrolle. Ich glaube, er hat jetzt auch so ein bisschen Tilt schon, muss ich... Also nach dem ersten Tor. So richtig verstehe ich das zwar nicht. Ja, Großkreuz ist natürlich als Goldspieler natürlich einen guten Schuss, ne? Also im Vergleich zu meinen Bronzespielern, okay. Ah, ah, schade. Ah! Ah! Ist eine Halbdrehung raus! Ja, ich denke, ich sollte mal diese merkwürdigen Schüsse aus der zweiten Reihe lassen, aus solchen Situationen, weil dann habe ich nicht das Material, nicht das Spielermaterial. Kultkreuz. Also ich nenne den ganz gerne Kult... Liebevoll. Nur Freunde dürften es so nennen, Kultkreuz. Ne, komm, er hat gerade ein Tor für uns geschossen, da dürfen wir ihn hier nicht beleidigen. Großkreuz, mein... Mein Lieber. Ähm, ja, warum kann ich das nicht wegdrücken? Hatten auf Gegner Partia. Sehr schön. Komm, noch eins oben drauflegen, Deckel drauf machen. Ich denke, wenn wir hier ein 2-0 schießen, warst du es auch schon, weil... er echt nicht mehr so konzentriert spielt hier am Anfang. Von dem Gefühl her. Das lässt er mich auch schalten und walten. Ja, das ist der angeschnittene Schuss. Also ich wollte jetzt auch mal probieren, was anschneidend ist und es ist der obere rechte Knopf. Obere rechte Schulterknopf. Deswegen... Ähm, war vielleicht jetzt nicht die beste Position zum Anschneiden, aber ich musste erst mal ausprobieren. Ah, ich dachte, er kann mit seinem linken Donnerfuß nochmal ansetzen. Oh, falsche... falsche Richtung der Schusstäuschung. Geil. Oh, ne. Oh, da kam's halt. Der kam's halt. Ich glaube, der Typ ist ein Linkfuß. Kann das sein? Okay, jetzt hat er wohl keinen richtigen Bock mehr. Schade, wenn er den da nicht rausgespitzelt bekommt. Ah, schlecht. Ganz schlecht. Okay, jetzt. Hat er wohl keinen Bock mehr, oder was? So. Wollen wir mal. Hm? Hm? Sehr schön. Ah, wieder schön mit einer Schusstäuschung durch. Zwei Spieler durch. Hier sehen wir's nochmal. Und zack. Man hat eigentlich sogar drei, wenn man's genau nimmt. Aber hat leider nicht funktioniert. Tja, kann man nix machen. So, schauen wir mal. Also, ich bin mit meinen Flanken noch nicht zu 100% zufrieden. Kann natürlich auch an meinen Spielern liegen, die die Flanken treten. Das weiß ich nicht. Aber das sollte besser gehen. Schade. Ich will eigentlich keinen Kopfball machen, muss ich zugeben, weil das können die einfach nicht. Ah! Der war drinnen gewesen. Der war drinnen gewesen. Hallo? Ach, es gibt einen Elfmeter. Krass, erster Elfmeter. Äh, wie kann ich einen Spieler wechseln? Schieß ich doch um den Schuss zu platzieren. Wie wechsle ich einen Spieler? Ich kann keinen Spieler auswählen? Was? Okay, egal. Wir schießen jetzt einfach. Ich hab komplett nach rechts gezogen, ey. Okay. Fuck. Komplett nach rechts gezogen. Aber das ist halt dumm. Ich weiß auch nicht, wie sehr ich hier nach rechts ziehen darf bei... Bei Dingens. Aber okay. Okay. So. Ah, schade. Das Spiel ist auch gleich vorbei und vielleicht schaffen wir noch... Nein. Okay. Oh, es klingelt an meiner Tür und das Spiel ist vorbei, deswegen werde ich direkt mal schnell beenden. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn ihr dabei seid und wenn ihr es geil findet. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Euer Paxes. Ich muss Schluss machen. Es klingelt.